Mein Name ist Axel Jung, ich bin einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Beta-Klinik und Neurisch-Chirurg. Wir konnten 2018 eine erfolgreiche Charity-Gala durchführen, mit der wir Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Zugang zur Medizin gewähren konnten, die sonst im Land nicht verfügbar ist. Als Schirmherr konnten wir Ashrock Schriederan gewinnen, der auch dieses Jahr wieder die Schirmherrschaft übernehmen wird. Ich bitte Sie nun für die Versorgung der Bedürftigen in der dritten Welt, um Spenden und zu ermöglichen, dass diese Menschen die notwendige medizinische Versorgung erhalten.